Okay, Gott sei Dank, wir sind gerade hier aus der Bank gekommen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier lang und hoffen, dass es jetzt nicht wieder abstürzt. Zauber, Lichtmagie, ja, also wenn, dann, ich glaube, am ehesten Elementarmagie, aber mit Feuer und Eis, komme ich besser klar, als Lichtmagie zu wirken. Oh je. Gut, dann schauen wir mal, was hier passiert ist, ob wir dem auf den Grund gehen können. Gesundheit. Ne, das ist nur ein Weinschild. Blut, wo ist Milbert? Verdammt, das sieht nicht gut aus. Sieh das bei Hausung nach Hinweisen. Ja, den Schlüssel am Marktplatz unterstattfinden und zu Milbert bringen. So, Madame. Ganz ehrlich. Was sagt denn jetzt hier die Quest? Als ich Milbert den Schlüssel bringen wollte, fand ich dort, wo sein Karren stand, nur eine Blutspur. Könnte Sila dahinter stecken? Vielleicht kann ich in ihrer Behausung Hinweise finden. Silas Behausung nach Hinweisen zu Milberts Verschwinden durchsuchen. Mhm. Oh Mann. Warte mal. Oh, jetzt kommt das wieder. Nein. Falsch. Äh. Irgendwann lerne ich das vielleicht auch nochmal, richtig zu laufen. Guten Abend. Guten Abend. Ähm, 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 ähm. Jetzt bin ich hier schon wieder. Oh, ich renne hier auch nur falsch. Ja, Messer, Hilfe. Krasianenviertel, ich, äh, ich lerne das, glaube ich, nicht mehr, mich hier auszukennen. Machen wir's mit dem Wegweiser. Eben nochmal zum Marktplatz. Und dann gehen wir, ähm, zu, in die Unterstadt. Ähm. Oh, mir fällt gerade ein, wo ich das hier sehe, das Seil. Wir müssen unbedingt, ähm, ja, ja, ja. Alles gut. Wir müssen unbedingt nochmal in die Gruft zurück. Und gucken, wo wir rauskommen, wenn wir das, ähm, Seil langkangeln. Unbedingt. Das vergesse ich bestimmt wieder. Ich vergesse es bestimmt wieder. Ich vergesse es bestimmt wieder. Ups, ja. Okay. Ich weiß zwar nicht, ob's irgendetwas bringt, aber ganz ehrlich. Es ist nicht besonders viel, sagen wir das mal so, aber, ähm. Ich muss es hier auch nicht rumliegen lassen. Grüße. Ja, seid gegrüßt. Okay, pass auf. Ähm. So. Jetzt sind wir bei 845. Das ist gut. Hier kann jeder ran, ey. Ähm. Mesdames. Mesdames. So. Das ist mir nämlich sonst zu... Ja, es ist eigentlich Quatsch, aber... Wahrscheinlich ist das total mumpe. Ob ich das jetzt ausleere oder nicht. Das... Fach der Fuchshunter war sowieso nicht besonders viel mehr drin. Aber... Ach, Quatsch. Das ist doch meins. Die ganzen Baupläne. Ach, ist auch egal. Wir werden jetzt Südviertel und von da aus müssten wir eigentlich in die Unterstadt kommen. Wobei Schnellreisen immer noch am besten wäre. Da muss ich nicht durch Zichladebildschirme durch. Elementarkreaturen in Schien und Rot mit großer Magie. Ja, mit großer Magie. Die erste Elementarkreatur war ja, ähm, bei der Imkerei. Was? Was? Myradenturm Arc? Was? Wie bitte? Äh. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Ähm. Ja, jetzt müssen wir durch alles durchrennen. Ja, Unterstadt. Da wollen wir ja auch jetzt hin. Hauptkaverne. So, Madame, jetzt bin ich ja mal gespannt. Warte mal. Wir ziehen uns nochmal eben hier einen roten Apfel rein. Oh. Oh. Wenn ich, wenn ich mehr habe, dann werde ich auch später mal mehr geben. So. Madame Silla. Barackenplatz. Dann wollen wir doch mal gucken. Bringt sie ihren eigenen Bruder um? Vielleicht aus Rache? Das heißt, ich weiß ja auch nicht, ob eine der beiden Geschichten überhaupt bestätigt ist. Ich weiß nicht, ob er gelogen hat. Ich weiß nicht, ob sie gelogen hat. Vielleicht wollte sie sich rächen, wenn ihre Geschichte gestimmt hat. Vielleicht hat er mir nicht die Wahrheit gesagt. Die Frage ist, ob wir es jetzt hier rausfinden. Die Frage ist, ob wir es jetzt hier rausfinden. Ich frage mich nur, wie lange der da schon nicht mehr ist, wenn er nicht mehr steht. Ich meine, ich glaube, ich bin da bestimmt ein paar Mal dran vorbeigerannt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wann er verschwunden ist. Wahrscheinlich als Ereignis, nachdem wir... Wieder am Huhn hängen geblieben. Warte, Moment, Moment, Moment. Aber hier kommen wir... Doch, da. Marktplatz. Ich gehe weiter. Ich will... Nichts. Ich kann dich nicht ansprechen. Wieso kann ich dich nicht ansprechen? Ich kann dich nicht ansprechen. Ich würde ihm gerne einen Groschen geben, aber ich kann ihn nicht ansprechen. Was ist das denn? Ein Eiterkäfer. Ich glaube es ja wohl nicht. Bist du eklig. Scheiße, und ich werde genau... So schnell kann ich meine Waffe gar nicht ziehen. Oh, scheiße. Jo, oh, ich hänge jetzt toll in der Tür drin. Na, ganz große Klasse. Achtung. Shit, 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 shit. Ich habe doch irgendwas gegen... Habe ich die nicht dabei? Habe ich nicht dabei. Na, spitze. Nein, das darf nicht wahr sein. Boah, das ist jetzt wie mit einer groben Ratte. Warte. Fünfzehn. Ja, ist mir jetzt egal. Alter, Schawitzki. Wegen dem Gift, wegen dem Gift. Oh nein, 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 nein. Shit. Ich habe auch einen Trank gegen Giftleiden, aber... Oh mein Gott, sind hier noch mehr von den Viechern? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das Papier ist schmutzverkrustet und von blauem Puder bedeckt. Die Handschrift ist krakelig, wie von zittriger Hand geschrieben. Gunam. Netter Kerl, einer von den Sichelfritzen. Scheint öfters kommen zu wollen, war rücksichtsvoll und hat immer gezahlt. Warm halten. Lambert, wollte nicht, dass ich seinen Namen rausfinde, aber hat sein Amulett mit dabei hat. Dachte wohl, eine ranzige Hure kann ich lesen. Ha, ha, Überraschung, ist wohl Novize. Als würde mich das nen Scheißdreck scheren. War etwas rau, als wir es getan haben, aber hat gezahlt. Ist kein übler Kerl, glaube ich. Messer Darius, Oberstädter, Schnösel, und besteht drauf, mit Messer Darius angeredet zu werden. Wollte mich letztes Mal ums Geld prellen. Hab ihm mit Rucko gedroht. Glaub nicht, dass der wiederkommt. Ja, okay. Kappenstaubflasche. Die Brote sind leer. Ich kann sie durchsuchen, aber sie sind leer. Äpfel, nehme ich gerne. Kappenstaubflasche. Mit dem Bild interagieren. Was? Bücher durchsuchen. Tolgan Visperzunge. Wir können hier schlafen. Das mache ich mal eben ganz kurz. Sollte ja unbedingt hier mit Eiterkäfern und all sowas drin, ne? Bücher durchsuchen. Ein Dorf in Aufruhr. Okay. Jetzt frage ich mich nur gerade, kommt die gute Dame wieder? Ja, ich meine, ich will ihr das Geld nicht unbedingt wegnehmen. Aber mit einem Eiterkäfer im Zimmer? Da frage ich mich, ob sie überhaupt wiederkommt, ne? Und es ist kein Stehlen. 13 Groschen. Und die sind überall Bücher. Ich meine, das finde ich lobenswert. Sollte ich mit dem... Ah, ich will nicht wirklich. Silas Behausung nach Hinweisen durchsuchen. Ein Bild. Da scheint Sila wohl richtig gewesen zu sein. Könnte das Seeheim sein? Ihr Heimatdorf? Okay. Hat Sila das geschrieben? Aber die hat auch nicht so geredet. Hat Sila sich als Hure verdingt? Oh, da war noch ein Groschen drin. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Na gut. Hm. Das ist jetzt die Frage, ne? Was sagten die Quest jetzt genau? Wurde er entführt? Fragt sie sich jetzt. Ich fand in Silas Behausung ein Bild von einer Küstenlandschaft, das hier wohl sehr wichtig zu sein scheint. Es könnte sich um Seeheim, das Dorf, in dem sie aufgewachsen ist und in dem ihre Eltern ermordet worden sind, handeln. Keine sichere Spur, aber dennoch eine. Ich sollte mir das Dorf oder was davon übrig ist ansehen. Okay. 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 Also sollen wir jetzt nach Seeheim. Das sollte ich vielleicht tatsächlich das nächste Mal machen. Ach. Der Geist aus der Flasche. Das ist das, was wir dann geruft auf einmal hatten. Der Trank, den wir genommen haben, die zwei Tage sind oben und es ist nichts passiert. Wir sollten ihn zur Rede stellen. Ja, aber hallo. Aber sowas von... Kann ich... Komm, wir haben jetzt gerade eben so viel gefunden. Danke. Das ist wirklich sehr großzügig von euch. Ich hoffe, du kannst dir Mediziner für ihn kaufen. Ja, haben wir jetzt schon mitgekriegt, dass man es nicht... Ja, dass es einem mit Fleischmaden eigentlich eher dahin rafft, ne? Oh Mann, das ist so elend hier. Okay. Ich würde am liebsten allen hier helfen. Okay. Ja, das würde ich eigentlich jetzt noch ganz gerne machen nach Seeheimreisen. Haben wir Seeheim eigentlich schon entdeckt? Oder war das etwas, wo wir gestorben sind? Das bringt auch nichts, wenn wir hier unten einkaufen. Oder? Ich meine, bringt das die Wirtschaft hier in Gang? Und... Aber ich glaube, da wird sich nichts ändern, ne? An der Unterstadt. Okay. Ne, die Hauptkaverne. Ach, wir müssen hier lang. Nein, ich will dich nicht begaffen. Um Gottes Willen. Glaubst du, ich lab mich am Leid anderer? Ganz bestimmt nicht. Gut, wir gucken mal eben, wie spät es gleich ist und dann gucke ich mal, wo Seeheim ist. Und vielleicht Kappenstaubsüchtiger. Ja, es ist noch dunkel. Wir haben es kurz nach Mitternacht. Ähm... Sind das Gallen? Wahrscheinlich, ne? Gut. Kann mich hier auch nicht wirklich wundern. Ähm, warte mal. Südviertel. Ach, hier ist der mit der Brauerei. Ne, da geht's nach Herzland. Warte. Ähm... Erstmal jetzt eben zum... Marktplatz. Ach, wir hätten gucken können, ob wir hier schlafen. Ob wir hier irgendwo ein Bett finden, wo wir mal eben schlafen können. Ach... Na, ist egal. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir beim Schnellreisen verbrauchen. Wie spät haben wir es jetzt? Ja, es ist... Nicht viel. Ach... Wir brauchen unbedingt irgendwie das Haus hier. Haaa... Was ist das hier? Gesucht. Max. Schönem Blutes. Das neremesische Geschlecht der Boddenbrooks sucht Max Schönenblutes. Er setzte sich nach einem vorgetäuschten Tod auf Nerem nach Enderal ab und wurde bei einem Bauernhof in der Nähe des Ackerhafens gesichtet. Für seine Ergreifung wird eine Belohnung von 10.000 neremesischen Goldtaler in Aussicht gestellt. Das ist doch ein Fake. So viel bezahlen die niemals. Ja. Ja. Den suche ich doch gerne. So viel Geld. So viel Geld. So viel Geld, mal ehrlich. Ähm... Was... Ja. Ihr auch. Ich bin doch hier auf dem Marktplatz unterwegs. Pass mal auf. Wo war der... Da. Wir können direkt zum Friedhof. Ich will mal eben das mit... Mit dem... Oh, vielleicht finde ich das wieder. Das war so eine Nische, ne? Mit einem Seil. Da will ich eigentlich eben nochmal rein. Das habe ich nämlich komplett vergessen. Ach, die Gruft. Tja. Ich will nicht sagen, ich hätte sie schon fast lieb gewonnen. Oh, Mann. Warte mal. Dann kann ich mir auch was... Oh, jetzt soll ich mir grad was zu trinken einschenken. Verdammt. Okay. Mach ich dann gleich. Bei der nächsten Ladesequenz. Ähm... Friedhof. Friedhof, 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 Friedhof. Friedhof. Wo ist die Gruft? Warte mal. Hier ist der Koch. Ist doch hier in der Nähe, ne? Hä? Hä? Was soll jetzt hier schon der... Ach doch, da. Bitte geht weiter. Ja, ich will nichts von dir. Ich... will was von den Gruftis hier. Okay. Nächster Ladebildschirm. Dann kann ich mir mal eben was zu trinken einschenken. Tschu. Tsch. Äh... Ach so. Es schlägt nur die Musik um. Ich dachte jetzt gerade, wir kommen wieder in den nächsten Kampf. Das ist nämlich immer mies, ne? Du kommst irgendwo rein und dann wartet da irgendwie ein Eiterkäfer oder eine Wanderratte oder sonst irgendwas auf dich. So, pass mal auf. Wie komme ich am schnellsten zu diesem Raum? Ich habe keine Ahnung. Oh, die schnurren so süß, die... ähm... kleinen Ratten. Das muss ich mal kurz überlegen. Das war der Schluss... Raum. Und das war eine Gesellentruhe, ne? Ah! Ich habe den Stab des Feuerzorns hier liegen gelassen. Och Gott, schäm dich, Lissi. Einfach so Loot zurücklassen. Kein Loot wird zurückgelassen. Wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Nee, 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 nee. Warte mal. Hier zurück. Und dann... Hier. Warte, warte, warte. Da. Ach. Seil zum Kontor. Nun komm schon. Hochklettern zum Kontor. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zum Kontor. Erwartet uns hier gleich wieder der nächste Kampf, ohne dass ich darauf vorbereitet bin. In welchem Kontor sind wir denn jetzt? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Wieso sind wir denn jetzt? Hier. Das wäre Stehlen. Wo sind wir denn? 20 Pfund Mehl, vier Fässer Mehl, da fehlt doch was. Geht das nach hinten los, wenn wir uns jetzt hier zu erkennen geben? Dass wir durch die Gruft hierher gekommen sind? Ich krieg irgendwie jetzt Bedenken. Ich mach mal im Schnellspeichern. Ich will ja jetzt hier den keinen Schrecken anjagen. Was ist langweilig? Das ist aber kein... Es war still. Entschuldigung. Was für ein Kontor ist denn das jetzt hier? Warte mal, das ist die gleiche Flagge, die unten in der Gruft hängt. Jetzt haben wir deren Familiengruft auseinander genommen. Dann sollten wir uns, glaube ich, hier nicht unbedingt blicken lassen. Ist hier irgendwas drin? Ja, das ist aber eindeutig. Es muss nicht sein. Das will ich jetzt gar nicht. Also, ob das jetzt irgendwas... Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Kontor der goldenen Sichel. Alles klar. Ja, will ich jetzt aber nicht. Ich will nichts klauen. Wir gehen wieder zurück in die Gruft. Reicht schon, dass ich das Buch mitgenommen habe. Also, pscht. Geht's um irgendwas trinken. Okay. Äh, ja. Das war ja jetzt nicht gerade sehr... Aufschluss reicht. Und guck mal, hier wär's gewesen. Siehste? Ich renne hier durch. Alles wieder durch. Die will ich mitnehmen. Die klingt wie eine schnurrende Katze. Voll süß. Gut. Also, wir kommen da bei Sichelschlags rein. Jetzt ist die Frage. Bevor wir nach Herzland wieder rausgehen. Weil ich möchte schon ganz gerne wissen, was jetzt mit Sila und ihrem Bruder ist. Und dem ein bisschen auf den Grund gehen. Und ich denke mal, die kleinen Sternchen hinter den Quests, das hat schon was mit der Schwierigkeit zu tun. Dann ist aber jetzt die Frage... Guck mal, das war Schwierigkeitsstufe eins. Jetzt sind wir bei zwei. Was ist denn denn die Gruft gewesen, mal ehrlich? Und hier die 10.000. Also, gibt's die wirklich? Die will ich haben. Aber ich... Never. Dann hast du ja halbwegs nicht ausgedient, aber... Wir haben es jetzt. 1.12 Uhr. War ja ein Wohl. Können wir jetzt eh nicht zur Rede stellen. Sollten wir ihn mal hier suchen? Er soll hier sein. Das heißt Hafen. Ach, guck mal an. Alles klar. Da, wo wir die Banditen aufgemischt haben, die die Kuh und die Ziege umgebracht haben. Jetzt brauche ich nur mal... Ich hoffe nicht, dass du nicht meinst, alte Schachtel, sonst werde ich echt sauer. Aber... Okay. Das heißt... Ähm... Hafen. Ha! Ist euch der Schwierigkeitsgrad Meister zu leicht? Könnt ihr das Spiel auf all seiner Fahrt umstellen. Aber Vorsicht! Nur die erfahrensten Abenteurer sollten sich dieser Herausforderung stellen. Lalalala... Elementarismus. So, der Gutste müsste also da irgendwo sein. Okay, dann schauen wir mal. Und ich hoffe, dass wir es mit dem Peter disease haben da leider auch vorherieranger. Ok. window euch. Man bah sagt immer.